Hallöchen, ich begrüße euch, täglich grüßt das Murmeltier, ein weiteres Video zu RimWorld Biotech. Heute reden wir ein bisschen über Pollution, ein schönes, herzerwarmtes Thema, denn wir schauen uns heute die Kosten an, die damit verbunden sind, Mechanoiden zu erstellen und natürlich auch in dieser wunderschönen Welt zu leben. Ich hatte das jetzt ein paar Mal angesprochen in den anderen Videos, das wurde ja quasi, ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen, damit wir alle auf dem selben Stand sind, die, ja ich sag mal, Macs wurden gebalanced oder werden wohl gebalanced werden, indem man Kosten eingeführt hat, die speziell auf diese Macs halt eben zugeschrieben sind. Das sind in diesem Fall hauptsächlich jetzt Ressourcen, die für Gebäude oder für Infrastruktur nötig ist, insbesondere halt, was die Größe anbelangt, die Infrastruktur soll relativ groß werden, dementsprechend schwierig zu verteidigen. Auf der anderen Seite wird eine einzigartige, ja ich sag mal, Kostenart eingeführt, nämlich die Pollution oder halt einfach mal vor allem übersetzt die Verschmutzung. Und tatsächlich ist dieses System rund um die Verschmutzung sehr viel komplexer, als ich das zunächst angenommen habe. Man hat jetzt auch sehr viele Screenshots immer diese Müllsäcke gesehen, die spielen auch eine essentielle Rolle, denn das ist letzten Endes halt der Müll im wahrsten Sinne des Wortes und mit dem muss man ein bisschen, sag ich mal, sachte umgehen, ansonsten hat man halt irgendwann ein riesengroßes Wasteland und da lebt sich's dann halt eben nicht mehr ganz so angenehm. Wir fangen aber mal von vorne an und dementsprechend, ne, der erste Satz sagt es gerade nochmal, es sind, Mechanoiden sind sehr starke Verbündete, allerdings kommen sie mit einem einzigartigen Kostenpunkt und das ist halt, wie gesagt, die Pollution, wurde extra dafür eingeführt, aber ich kann jetzt schon mal sagen, es wird auch tatsächlich, ich hab mir das schon mal so ein Stück weit überflogen, es wird tatsächlich auch in anderer Art und Weise in das Spiel integriert, also sprich als Challenge-Faktor ist jetzt nicht unbedingt nur an die Mechanoiden gebunden, natürlich ist das der Hauptauslösegrund, warum man dann auf einer, ich sag mal, sauberen Welt diese Pollution überhaupt erst hat, allerdings können, wie gesagt, auch andere Pollution-Quellen dann auf die eigene Kolonie einwirken, aber das schauen wir uns jetzt mal, wie gesagt, im Detail an. So, also grundsätzlich, ne, das Erschaffen oder Wiederaufladen oder wahrscheinlich auch das Wiederbeleben von Mechanoiden, das kreiert halt diesen, ja, diesen Toxic, diese Waste-Packs, also letzten Endes diesen Restmüll, den man irgendwo loswerden muss. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, grundsätzlich, wie das mit allem ist, in RimWorld, auch mit Leichen, die jetzt neuerdings ja dann auch ausgasen, hatten wir in der 1.4 schon besprochen, gibt es natürlich erstmal die Möglichkeit, den ganzen Krempel einfach einzufrieren. Das heißt, großer Kühlschrank, runterfrieren, auch unter 0 Grad, dann sollte das wahrscheinlich relativ safe sein. Dann hatte ich ja die Bendenken geäußert, ich war ja zunächst ein bisschen skeptisch, dass das vielleicht dann sehr leicht ist, diesen Kram dann auch loszuwerden, indem man ihn vielleicht einfach verbrennt oder ähnliches. Und tatsächlich sollte man das definitiv nicht tun, das steht hier nämlich ausdrücklich drin. Also sie werden möglicherweise dann, wie gesagt, die Umwelt quasi verschmutzen, wenn das zu lange da rumliegt. Aber hier steht sogar nochmal ausdrücklich, even worse, also sogar noch schlimmer verschmutzen, wenn man auf die schlaue Idee kommt, wie ich zum Beispiel, den Krempel einfach zu verbrennen, sollte man definitiv nicht machen. Denn was dann passiert, ist nämlich, kommt nämlich eine riesen Rauchwolke dann aus tödlichem Toxgas, also giftigem Gas dann daraus. Nicht so eine gute Idee. Also am besten einfrieren. Einfrieren kann natürlich keine Lösung sein, denn vom Erfrieren ist noch nichts verschwunden. Beziehungsweise vom Einfrieren ist noch nichts verschwunden. Dementsprechend hebt man das damit halt nur für später auf. Das Problem wächst und gedeiht. Und natürlich, wie das immer so ist mit Restmüll, irgendwo muss man dann eine Endlösung finden. Und naja, wie diese dann aussehen wird, das werden wir wahrscheinlich noch später erfahren. Auf jeden Fall können wir uns schon mal merken, Einfrieren gut oder sagen wir mal zumindest befriedigend, denn man verschiebt das Problem auf die Zukunft, verbrennen nicht so gut. Und ja, dementsprechend schon mal einer meiner, in Anführungszeichen, Kritikpunkte oder Bedenkpunkte halt eben rausgenommen, indem man halt eben, dass den Kram halt eben nicht so gut los wird. Jetzt wäre natürlich noch die spannende Frage, was passiert. Ich denke ja natürlich dann direkt schon mal wieder drei Schritte weiter. Molotow-Cocktail ist also rausgestrichen, was passiert dann mit der HE-Granate? Denn ich habe ja nicht umsonst gesagt, Dinge in Rimmel zu vernichten, ist eigentlich relativ easy. Man kann alles vernichten, sogar Brocken und alles. Also wenn man da einfach eine HE-Granate draufwirft oder vielleicht auch ein paar mehr, kann es sogar Leichen verschwinden lassen. Das haben wir übrigens auch schon sehr erfolgreich in der 1.4 ausprobiert. Das war nämlich mein Gedanke dahinter. Wir haben extra gewartet, bis Leichen dann auch wirklich verrottet waren und dann dieses Rotting Stink ausgestoßen haben. Das ist ja wie gesagt dieses neue orangefarbene Gas. Man kann daraufhin einfach die Leichen mit einer Granate wegsprengen. Das konnte man natürlich schon immer. Allerdings ohne Umwelteinflüsse. Also sprich, gleich ist das einfach noch nicht in der Form integriert. Vielleicht kommt das wirklich erst mit Biotech. Allerdings, da sie jetzt halt dieses Stink Gas da, dieses Rotten Stink Gas, halt tatsächlich schon in der 1.4 in der Villainer-Version von RimWorld eingeführt haben, gehe ich mal stark davon aus, dass das dann auch schon alles ist. Also das würde jetzt zumindest den bisherigen Schluss zulassen, dass es möglich wäre, den Kram wegzusprengen. Ich hoffe natürlich nicht, denn eine HE-Granate zu besorgen ist relativ easy. Wie viel braucht man da? Wir haben es, glaube ich, die Tage erst rausgefunden. Ich glaube 80 Sprit, also Benzin, dann irgendwie nochmal 10 oder 20 Stahl. Das ist ja, wie gesagt, keine Ausgabe. Aber ich gehe mal davon aus, das wurde bedacht. Also die Leute, die das programmiert haben, die spielen ja auch nicht zum ersten Mal RimWorld. Dementsprechend, die wissen halt auch, wie man Sachen los wird. Und Sachen anzuzünden ist vielleicht der Way to go. Oder sagen wir mal, da muss man halt da nicht so viel Ärger und Zeit reinstecken. Aber Dinge wegzusprengen ist auch sehr spaßig und meistens sogar noch eine Ecke effektiver. Aber ich gehe sehr stark davon aus, oder ich hoffe, das haben sie auch bedacht. So, jetzt aber, hatte ich ja eben schon angedeutet, Mechanoiden sind nicht die einzige Quelle der Verschmutzung, denn es gibt noch andere Möglichkeiten. Wir denken da an diese Toxifier-Generatoren. Die haben wir schon mehrmals auf anderen Screenshots gesehen. Ich gucke mal ganz kurz, ob man die hier vielleicht auch nochmal sieht. Normalerweise sind das immer diese kleinen, ja, wie diese, die sehen aus wie so ein bisschen wie diese Pumpen, die halt Sachen trockenlegen. Und dann kommen da halt immer nebenbei, sind da diese kleinen Müllsäcke aufgetaucht. Man sieht es jetzt leider hier nicht in diesem Screenshot. Da habe ich mich mehrmals gefragt, was das dann sein soll. Und ich hatte ja auch gestern schon, als dann mehrmals das Thema Kosten und so weiter für Max dann ins Gespräch kam, oder auch die letzten Tage schon in mehreren Videos, hatte ich ja schon mich darüber geäußert, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch weitere Möglichkeiten geben wird, Strom zu erzeugen. Und das ist auch tatsächlich der Fall. Man sieht nämlich hier an diesen Toxifier-Generators, die sind anscheinend neu dazugekommen. Ich gehe mal stark davon aus, das sind diese kleinen, ja, Wasserpumpen-ähnlichen Gebilde, die uns dann halt wirklich auf kürzestem Raum, wahrscheinlich auch für sehr wenige Kosten, dann halt eben Strom erzeugen können. Darum geht es nämlich tatsächlich. Allerdings erzeugen die dann halt auch diese Pollution. Also das ist ein direkter Kostenfaktor daraus. Man kann darüber, ich glaube, das steht auch hier so drin, eine Cheap Power. Man kann sich darüber sehr schnell, sehr leicht, insbesondere wahrscheinlich zum Start einer Kolonie, dann Energie besorgen, um die erste größere Infrastruktur von den Max natürlich dann auch zum Laufen zu bekommen. Allerdings natürlich mit erheblichen Kosten verbunden, denn dann hast du natürlich den ganzen Restmüll rumliegen. So, grundsätzlich wird das also, wie gesagt, auch zum Pollution beitragen. Darüber hinaus, steht das jetzt hier schon drin oder ist es erst im nächsten... Ne, also man kann sich da letzten Endes, wenn man sich daraus nichts macht, dann kann man auch tatsächlich dieses Toxic Build-Up, kann man da natürlich hinnehmen. Also sprich, dieses Toxicity Level wird dann natürlich nach und nach steigen. Dafür hat man halt, wie gesagt, billigen Strom. Und während kleine, jetzt steht es extra nochmal drin, während kleinere, ja, ich sag mal, Mengen von diesem Pollution halt sehr gut managbar sind, wird es dann halt irgendwann relativ heftig, wenn man da nicht aufpasst. Dann wird sich nämlich, wie gesagt, die ganze Umwelt anpassen. Und vor allen Dingen werden dann auch giftige Gase daraus entstehen und so weiter und so weiter. So, ne, während also die Mechanoiden ein wichtiger Teil dieser Pollution sind oder wahrscheinlich ein Hauptteil dieser Pollution sind, kann es allerdings auch sein... Achso, ne, warte mal, wir fangen mal vorne an. Ähm, die Mechanoiden sind tatsächlich immun dagegen, werde das gedacht, ne. Das war tatsächlich mir einigermaßen klar, denn in irgendeiner Art und Weise, die sind ja auch hier, man sieht ja auch, die da drin schon arbeiten, das hat man ja auch in den vorherigen Screenshots schon gesehen. Ähm, logisch, dass die halt quasi nicht von Giftgas betroffen sind. Das gilt übrigens natürlich auch für, für dieses Rotten-Stink-Dingsbums. Habe ich jetzt natürlich noch nicht gesehen, aber gehe ich extrem stark davon aus. Mechanoiden wurden grundsätzlich noch nie wirklich von Umwelteinflüssen, äh, ja, quasi irgendwie beeinflusst. Das fing bei solchen Gassachen an, ne. Man hat ja auch früher schon diese Generatoren auf der Karte gehabt, die natürlich dann auch von, äh, von Mechs, beziehungsweise über Mech-Cluster dann gesendet wurden. Ähm, und natürlich hat man das auch schon bis hin zu Feuer und weiß ich was gemerkt. Also Mechs sind da relativ unbeeindruckt von solchen Naturbeeinflussungen und dementsprechend können die natürlich wunderbar an diesem Gebiet arbeiten. Die Kolonisten auf der anderen Seite natürlich nicht. Äh, das war ja klar, oder das ist ja klar. Letzten Endes, das muss ja irgendeine Art und Weise natürlich dann auch einschneidend sein für die Kolonisten. Man wird hier in den Klammern schon dabei lesen können. Tatsächlich kann man aber die Gene so weit anpassen, dass man auch gegen die Toxicity wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad immun ist, vielleicht sogar komplett immun ist. Da gehen aber dann mit hoher Wahrscheinlichkeit dann andere Kosten einher. Denn, ich sag mal, offensichtlich, ne, das wird hier immer und immer und immer wieder betont, es wird immer wieder von Kosten gesprochen. Das würde man ja nicht machen, wenn man diese Kosten dann auch einfach aushebeln könnte, indem man dann einfach sagt, okay, wir machen uns so irgendwie Mutanten oder hast du nicht gesehen. Und dann ist uns der ganze Waste egal. Natürlich wird das vielleicht sogar gehen, allerdings wird dann halt dieses Mutanten gehen, wie auch immer das aussehen wird. Das wird dann wahrscheinlich mit irgendwelchen anderen Kosten verbunden sein. Da wird man natürlich irgendwelche anderen Nachteile draus bekommen. Gehe ich stark davon aus. Ansonsten würde man ja, wie gesagt, die ganze Kostenschiene ja komplett aushebeln. So, ne, der steht dann auch nochmal relativ deutlich an. Das ist tatsächlich sehr, sehr easy beschrieben. Oder sagen wir mal, sehr, sehr, mit sehr, sehr kurzen, prägnanten Sätzen ist tatsächlich hier der ganze Ablauf beschrieben. Es besteht nicht viel Zweifel, nicht viel Spielraum, da auch groß zu spekulieren. Pollution macht halt einfach, ja, alles, was lebt, krank. So, Punkt. Und dementsprechend, das fängt bei Menschen an natürlich und das geht über Tiere und hört bei Pflanzen auf. Das heißt also, letzten Endes wird alles vergiftet, was langfristig halt diesem Toxic Build-Up dann halt eben ausgesetzt ist. Das kennt man übrigens jetzt auch schon sehr, sehr gut, zum Beispiel aus dem toxischen Niederschlag. Den hat man ja als Zufallsevent jetzt schon mit drin. Also jetzt unabhängig davon, dass das irgendeine Maschine ist, die das halt generiert hat, hat man ja jetzt schon einen giftigen Niederschlag quasi als Wetter-Event, so nenne ich das jetzt einfach mal. Und da hat man ja auch schon das Toxicity-Level, das steigt ja dann auch schon Stück für Stück. Und natürlich, wie das auch jetzt aktuell schon ist, kann das auch hier bei Biotech dann Stück für Stück zu immer schlimmeren Krankheiten führen. Das fängt natürlich, wie in das Vanilla auch schon ist, bei Erbrechen an. Geht über Demenz und bis hin zu wirklich schlimmen Krankheiten oder ultimativ dann halt eben den Tod. So, grundsätzlich darüber hinaus gilt dann noch, dass auch Crops davon betroffen sind. Also auch die, wenn es zu schlimm wird, können das Toxicity-Level nicht überleben. Genauso natürlich wie auch Tiere. Tiere haben normalerweise, soweit ich das im Blick habe, immer ein bisschen höheren. Also kommt natürlich immer so ein bisschen auf das Tier an, glaube ich. Aber bei denen dauert das ein bisschen länger, bis dieses Toxicity-Level dann noch zuschlägt und vor allen Dingen die ersten Krankheiten entstehen. Letzten Endes sind die aber ganz genauso daran gebunden, an diese Sachen hier, wie auch ein Mensch, beziehungsweise wie auch ein menschlicher Kolonist. Dann gilt vielleicht noch, je weiter eine Kolonie halt dann eben verschmutzt wird, desto mehr passt sich halt die Umwelt tatsächlich an. Also es erscheint dann irgendwann, man sieht es hier, diese neuen, ja, Bumelupen, die sich dann halt wirklich anders, ich glaube, wie heißen die hier, Toxalup, die passen sich dann wirklich komplett an dieses toxische Umgebungsfeld dann an. Ich kann mir vorstellen, das wird jetzt hier nicht genau erklärt, was diese einzelnen Pflanzen und Tiere machen. Ich kann mir aber vorstellen, wenn man darauf schießt, ist ja quasi typisch für Bumelupen, dass die in irgendeiner Art und Weise explodieren oder halt eben dann in Flammen aufgeben. Ich kann dir mir gut vorstellen, wenn man hier schon die Mechanik eingeführt hat, dass wenn man hier diese Müllsäcke verbrennt und die dann explodieren in einer Giftwolke, dass man das mit diesen Bumelupen oder Toxalupen dementsprechend dann halt auch macht. Also es spricht vielleicht auch ein Feuer, allerdings dann auch mit diesem giftigen Gas außenrum, würde zumindest gut passen, denn die muss man ja natürlich dann auch erstmal wieder loswerden. Dasselbe gilt natürlich dann auch für alle Pflanzen, insbesondere die Bäume. Hier wird von dem Witchwood geredet. Ich weiß jetzt nicht genau, also die Tatsache, dass man Twisted Witchwood, dass man dieser Sache einen eigenen Namen gibt und ich gehe schon davon aus, dass dann halt einfach diese Bäume hier mit diesen grünen Popeln dran oder vielleicht kann auch sein, dass es das hier, es wird wahrscheinlich eher das hier sein. Die Popelbäume, das werden die ganz normalen Abgestorbenen sein. Denn das hier scheint wohl dieser Witchwood zu sein. Jetzt ist natürlich, wenn sie schon so einen extra Namen für ein Holz einführen, liegt natürlich der Gedanke nahe, okay, dann ist das auch eine eigene Ressource und wenn ja, wenn das eine Ressource ist, was mache ich damit? Das ist jetzt reine Spekulation, da deutet nichts darauf hin. Abgesehen davon, dass man halt extra einen Namen für eine neue Art von Baum oder Pflanze erfindet. Natürlich könnten wir jetzt auch argumentieren, das haben sie mit der Bumelupe auch gemacht. Allerdings, ich wüsste nicht, warum sie eine extra neue Baumart einführen sollen. Sie haben ja offensichtlich auch die alten Bäume sehr gut integrieren können mit irgendwelchen Krankheiten und abgestorbenen Stümmeln, die dann hier rumstehen. Warum denn ein extra neues Pflanzenart einführen, die ja auch offensichtlich anders ist als die anderen Bäume. Da ist ja deutlich zu sehen ein Kreis da drumherum. Der ist hier oben sogar noch deutlicher zu sehen, wie so eine Art, man könnte fast sagen, ja, Ritualplatz, beziehungsweise halt, also in irgendeiner Art und Weise wirkt da anscheinend irgendwelche toxischen Gase oder Sonstiges. Ich vermute mal, entweder stößt dieses Ding, also vielleicht kann natürlich auch sein, dass es keine weiteren Ressourcen gibt, sondern dass es einfach nur negative Effekte hat. Vielleicht stößt diese Pflanze von sich aus noch weiteres Giftgas aus und sorgt dann dafür, dass die Umwandlung der Natur noch schneller oder noch rabiater vonstatten geht. Offensichtlich sterben auch hier die Tiere, nur man sieht das da nochmal. Das ist jetzt wie gesagt auch alles Spekulation, aber in irgendeiner Art und Weise wird diese Pflanze besonders sein. Sonst würde sie keinen eigenen Namen tragen und sonst würde sie ja nicht nochmal so deutlich dargestellt. Grundsätzlich, und das wurde auch schon öfter mal gefragt, gibt es dann anscheinend jetzt ein Setup mit irgendwelchen Gasmasken. Ich kann mir vorstellen, je weiter man Rüstungen trägt und je weiter man sich dann halt eben einkleidet mit speziellen Klamotten. Ich kann mir vorstellen, das sieht mir aus wie eine neue Rüstung hier, das hier. Zumindest erkenne ich sie nicht. Das könnte theoretisch eine Marine-Rüstung sein, allerdings hier die Zacken nach oben, das dürfte neu sein. Die Gasmaske selbst, die ist aktuell neu. Die kann man nur mit Mods, habe ich die schon ein paar Mal gesehen, sowas in der Art. Allerdings ist die bisher in Vanilla, also ohne Modifikationen ist die noch nicht drin. Die wird wahrscheinlich auch mit Biotech dann hinzugefügt werden. So, haben wir sonst noch irgendwas aus dem Absatz oder habe ich soweit schon alles verburstet? Das haben wir alles schon gehabt, ganz genau, ganz genau. Dann, ja, das ist jetzt sehr interessant. Damit hätte ich jetzt persönlich nicht gerechnet, denn normalerweise galt bisher immer der Leitsatz, was auf deiner Karte passiert, das interessiert alle anderen nicht. Das wird jetzt hier anscheinend anders sein, denn seit Neuestem oder seit Biotech wird dann auch, wenn die Pollution einfach nur groß genug ist, halt auch der Planet in einem größeren Scale wird hier gesprochen, also im größeren Maßstab davon betroffen sein. Das gilt insbesondere dann natürlich um die eigene Karte drumherum. Also wenn man da halt wirklich so ein Restmülldeponie dann aufbaut, sich und das Ganze dann ordentlich versifft ist alles, dann wird es eine Polluted Area, also eine verschmutzte Zone und um das eigene Teil herumgehen. Und das wird sogar dann die umliegende Welt tatsächlich dann auch beeinflussen. Wie wird auch tatsächlich sofort beschrieben, habe ich mir auch gewünscht. Also als ich den Satz gelesen habe, habe ich mir sofort gewünscht, wie sieht das denn aus? Denn wie gesagt, das ist auch ein Verhalten, was sehr untypisch ist für Rimworld. Normalerweise, wie gesagt, ist das alles streng auf die eigene Karte gebunden. Ich würde sogar so weit gehen und das hatte ich ja sogar auch gesagt. Das war ja sogar auch einer meiner Bedenkenpunkte beim Müllloswerden. Wenn man etwas dann irgendwo hinverschießt, dann wird das ja einfach sofort vernichtet. Und was nicht auf der eigenen Karte ist, interessiert einen nicht. Und dementsprechend, das ist dann auch gar nicht generiert und geht dann auch gar nicht mit Zeitvorschritt. Dann irgendwie wird es schlimmer oder sonstiges. Das wird jetzt hierhin offenbar dann anders sein. Also offensichtlich wird ein hoher Level von naher Pollution, können dann sogar diesen ätzenden Smog dann halt eben herbeizaubern oder wie auch immer herbeiwehen lassen. Und das macht dann sogar, dass die Augen der Kolonisten tränen. Jetzt werde ich mir natürlich vorstellen, oder das kann ich mir vorstellen, das wird nicht alles sein, einfach nur ein paar drehende Augen. Klar ist das nicht so toll. Wird wahrscheinlich dann auch irgendwie beim Schießen oder wie auch immer so ein bisschen wie bei Nebel dann die Genauigkeit oder sowas runternehmen. Aber ich kann mir vorstellen, auf lange Sicht wird das dann eher noch heftiger Ausmaße haben. Jetzt wird hier nochmal beschrieben, dass dieser ätzende Smog dann tatsächlich auch die Sonne blockieren kann und sogar das Wachstum von Pflanzen verhindern kann. Das kann sogar dazu führen, dass dieser Smog dann sogar Items korrodiert, die draußen rumliegen. Man sollte sowieso keine Items draußen rumliegen lassen, aber vielleicht betrifft das ja auch Müllsäcke und hast du nicht gesehen. Also wer weiß, offensichtlich hat das durchaus, während das zumindest medizinisch nicht ganz so schlimm sein sollte, nach dem, was man jetzt hier liest, hat das zumindest auf die Umgebung auch relativ heftige Auswirkungen. Denn wenn man keine Pflanzen mehr anbauen kann und dementsprechend auch keine Pflanzen mehr wachsen, denn das ist ja wichtig, man kann ja dann nicht einfach sagen, okay, dann jage ich mir halt Tiere. Offensichtlich ist das ja hier so gecodet, dass dann auch kein Gras mehr da ist oder zumindest kein wirklich, ja, fressbares Gras mehr da ist für die meisten Tiere. Das heißt also, dir gehen nicht nur die Crops ein, sondern wahrscheinlich dann auch die Weidefläche. Und das ist durchaus ein großes Problem, denn so ein Wintergarten, mit dem man sowas halt so ein bisschen kompensieren kann, der ist natürlich, der muss ja auch erstmal gebaut werden. So, haben wir das also auch abgehakt. Finde ich ziemlich cool, dass die sowas eingeführt haben. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wenn man jetzt einfach irgendwie so eine Transportkapsel volllädt mit seinem Müll und das dann irgendwo in die Pampa ballert, wird das dann tatsächlich auch Auswirkungen haben? Also sprich, merkt sich, dass das Spiel, dass wir dort dann Müll abgeladen haben, der jetzt erstmal dann vernichtet ist. Ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, ob das dann so ist, wenn man zu diesem Teil dann hingeht, ob dann tatsächlich dann Müll in der Mitte der Karte liegt, das würde ich mega cool finden. Ich weiß halt nicht, inwieweit sowas umsetzbar ist. Also nochmal kurz, damit wir alle auf derselben Wellenide sind. Wenn du halt, wie gesagt, so eine komplette Kapsel volllädst und die dann zu Teil XY schießt, die jetzt, was jetzt weiter weg ist und dann irgendwann später dann nochmal da hinkommt und dann kannst du ja dieses Teil ja auch besiedeln, ob dann dieser Müll auch wirklich auf der Karte liegt und ob vor allem auch die Karte sich dahingehend schon verändert hat oder ob die dann vielleicht dahingehend neu generiert wird mit diesem Müll oder mit diesen Auswirkungen des Mülles. Oder, ne, das wäre quasi das Maximum. Das würde ich mir halt, das wäre das Maximum von dem, was ich mir wünschen würde. Das würde ich ziemlich cool finden. Ich weiß allerdings nicht, wie weit das halt wirklich machbar ist, ob die an sowas gedacht haben oder ob sowas überhaupt möglich ist, tatsächlich. Oder aber dann, inwiefern das dann halt wirklich in was, was das für Wellen schlägt. Also wie weit sich dieses, dieser, ja, ätzende Smog dann auch wirklich ausbreitet und vor allen Dingen auch, ob der dann auch entsteht, ob der nur von dem eigenen Teil ausgeht, von der eigenen verschmutzten Karte oder ob das auch dann passiert, wenn man halt, wie gesagt, Müll irgendwo hinschießt, ob dann auch irgendwann das, ja, das Toxic-Level steigt und dann dementsprechend dieser Smog dann kommt. Was mit Zoharsicherheit passieren wird, kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist ja jetzt in gewisser Weise auch schon integriert. Wird natürlich die Nachbarschaft sein. Die Nachbarschaft wird sich überhaupt gar nicht freuen, wenn man halt dann so einen riesen, ja, Giftmülldeponie da aufbaut und dementsprechend dann selber von diesem Smog betroffen sein werden. Das hat man jetzt in ähnlicher Form auch schon, wenn man in der Nähe von, ich sag mal, fremden Kolonien, die müssen nicht unbedingt feindlich sein. Bei Feinden interessiert man das sowieso nicht. Aber wenn man jetzt in der Nähe von, ja, ich sag mal, anderen Fraktionen siedelt, in einem gewissen Umfeld, ich glaube, es waren fünf Teils oder so oder vier Teils, dann bekommt man auf lange Sicht tatsächlich auch, ja, diplomatischen Abzug und dann wird man irgendwann auch feindlich. Und das, wie gesagt, gibt es ja jetzt schon. Ich kann mir vorstellen, das wird nochmal ein bisschen ausgedehnt, sofern man dann halt auch diese toxischen Wolken um sich herum generiert. Vielleicht jetzt nicht aus Absicht, aber weil man einfach den Müll, ich sag mal, verantwortungslos in die Pampa wirft. So, also man kann grundsätzlich, und das auch nochmal ganz kurz, sich eine eigene Challenge dann nochmal von Anfang an härter drehen, indem man eine neue Karte startet, ein New Game, hier steht es, wo das World's Pollution Level, also anscheinend kann das auch insgesamt, so ein bisschen, habe ich ja schon gesagt, wie so eine Art Wetterphänomen, kann das halt insgesamt tatsächlich dann auch, ja, schon relativ hoch sein und dementsprechend hat man dann direkt von Anfang an schon eine verschmutzte Welt. Jetzt ist natürlich die große Frage, und das werden wir wahrscheinlich gleich erfahren, kann man diese Welt dann auch wieder säubern, beziehungsweise seine eigene Karte säubern, das würde ich ziemlich cool finden. Dann würde man nämlich so eine Art, ja, wahrscheinlich Garden Eden dann irgendwann aufbauen, wo man dann halt eben rundherum die ganze Welt ist quasi am Abkratzen und rundherum macht man sich so eine schöne Oase des Grünen und des Lebenden. Das würde ich ziemlich cool finden. Ist, wie gesagt, natürlich auch ein Schwierigkeitsfaktor, also ein Schwierigkeitsregler in irgendeiner Art und Weise. Man kann sich das entweder, man kann das komplett ausstellen, dieses Toxic Level. Das ist vielleicht auch nochmal interessant für die Leute, die es vielleicht eher nicht so schwer haben wollen für ein Relaxing Game. Oder man kann es halt eben extra hochdrehen für die extra Challenge. Dementsprechend kann wahrscheinlich dieser Verschmutzungsgrad oder dieser vom Müll ausgehende Verschmutzungsgrad kann eben, wie gesagt, komplett runtergenommen werden oder wahrscheinlich sogar nochmal hochgedreht werden. Ich sehe daraus jetzt schon ein neues 500%, denn bei 500% sind solche Sachen auch immer mit dabei. Da ist sehr oft Crop Level dabei, Krankheitsfaktoren, wie schnell man immun wird und da wird mit hoher Wahrscheinlichkeit dann auch eben dieses Toxicity Level mit dabei sein, dass man dann eben dann auch nochmal extra hochdrehen kann. So, dann schauen wir uns als nächstes das Managing der Pollution an. Da gibt es im Großen und Ganzen, ja, jetzt steht es hier, es gibt kein wirkliches Kurzzeit-Tool. So übersetze ich das jetzt einfach mal, um damit eben halt dann wirklich fertig zu werden. Man muss also schon einen langfristigen Plan wahrscheinlich verfolgen. Also grundsätzlich gibt es erstmal ein Anti-Pollution-Gear. Das haben wir ja eben schon gesagt. Das sind wahrscheinlich diese Masken, Face-Mask, Gas-Masken, das reduziert im Grunde aber auch dann nur die Exposure, also sprich das Aussetzen, ausgesetzt sein dieses Giftgases. Das wird wahrscheinlich nicht langfristig perfekt sein. Dann gibt es ansonsten darüber hinaus noch die Möglichkeit, sogar was zu transplantieren. Also hier wird halt, ich übersetze das mal relativ frei, mit desoxidierenden, also sprich mit entgiftenden Organen, was dann irgendwann die Kolonisten sogar immun zu diesem Pollution-Effekt macht. Also sprich, man kann das anscheinend nicht nur bei Gene regeln, sondern man kann das sogar mit einem Transplantat dann machen. Finde ich ziemlich cool, hätte ich das gar nicht mit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt wird sogar dann nochmal, in dem letzten Schritt wird dann sogar nochmal beschrieben, dass man dieses Pollution-Related, ja man kann alle genetische Modifikationen quasi mit diesen, die in diesem Pollution dann halt eben entgegen wird, kann man dann tatsächlich dann auch noch anstreben. Ist letzten Endes so ein bisschen, ja bei einer Befürchtung jetzt wahr geworden, weil ich hatte gehofft, dass man das nicht komplett austricksen kann. Also hier mit diesen Face-Masks und Gas-Masks ist das offenbar nicht der Fall. Allerdings kann man mit anscheinend mit einem, ja, Entgiftungsorgan oder zumindest spätestens dann mit dieser genetischen Modifikation dem schon anscheinend relativ gut entgegenwirken. Vielleicht erfahren wir dann später noch mehr davon. Ist natürlich ein bisschen schade, weil diese einzigartigen Kosten, die sind ja wie gesagt mit den, ja, das ist ja der Preis, den man für die sehr overpowered Nex bezahlt. Und wenn man das dann halt komplett aushebeln kann, dann wäre das echt schade. Aber mal gucken, man kann sich das ja offenbar, also, ne, für die Leute, ich lasse hier immer so ein bisschen Masochisten durchhängen. Ich hoffe halt immer, dass es dann nicht so leicht wird, aber offensichtlich kann man sich das ja für die Leute, die sich ganz besonders gerne selber foltern, kann man das ja noch ein bisschen hochdrehen. So, man kann die Kolonisten quasi manuell dazu, ja, quasi auffordern, das Terrain zu reinigen, ja, von Pollution halt eben zu befreien, indem man halt eben diese Toxicity oder diese Waste-Packs dann eben zusammenpackt oder wahrscheinlich auch wegträgt. Dementsprechend, aber man packt das ja nicht zusammen, um das dann halt eben anzugucken, sondern um das zu transportieren. Allerdings wird hier gesagt, eine sichere Option und wahrscheinlich auch eine sehr viel gesündere Option für die eigenen Ponds ist natürlich das Ganze dann automatisch, ja, halt eben verpacken zu lassen oder halt eben verarbeiten zu lassen, um halt eben nicht diese Kolonisten, dieser Pollution auszusetzen. Jetzt weiß ich nicht genau, wie das zu verstehen ist, denn ich würde ja annehmen, diese Säcke dann, diese Packages, die werden von sich aus generiert als Paket. Und es kann aber auch sein, dass das so ein bisschen wie bei Oni ist, wo man halt auch Toxic, ja, wo man diese, ich sag mal, von diesen Atomkraftwerken, die man da baut, da hast du ja auch letzten Endes Atommüll dann übrig, der sift dann halt irgendwann aus. Also den kannst du zwar in Fässern erstmal gefangen nehmen oder quasi aufbewahren, allerdings werden diese Fässer dann irgendwann wieder kaputt gehen und dann hast du den Müll trotzdem als Flüssigkeiten in der Gegend rumstehen. Vielleicht ist das ja hier auch so, wenn man diese Sachen so lange stehen lässt, dass die dann irgendwie auch aussiffen und dass man die dann nochmal mit einem ganz besonderen, mit einem ganz besonders hohen Level von Pollution, den man dann halt ausgesetzt ist, da halt eben wieder verpacken muss. So nach dem Motto, die Containmentbehälter, die sutschen dann durch und dann muss man halt eben nochmal diesen Müll wirklich von Hand anfassen und wird dann nochmal ganz besonders krass davon, ja, betroffen sein. Vielleicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung, vielleicht erfahren wir das jetzt auch noch. So, was, also, jetzt natürlich die naheliegende Frage, was machen wir dann mit den wachsenden Waste Pack Piles, also sprich mit den wachsenden Bergen von Waste Packs. So, grundsätzlich erstmal, hatte ich ja eben schon vorgestellt, wir können sie einfach einfrieren. Ähm, ich, letzten Endes, habe ich ja auch schon gesagt, die eingefrorenen Waste Packs werden sich nicht von alleine auflösen und, sie werden auch irgendwann wahrscheinlich einen relativ großen, ja, Platz einnehmen. Also es ist keine Endlösung, es ist halt eine Zwischenlösung. dann kann man sie exportieren, ähm, man kann sie in Karawanen einpacken, man kann sie in Transport Pots einpacken und dann können wir diese Sachen tatsächlich einfach auf die World Map, äh, dann dumpen, also sprich einfach draufwerfen, irgendwo hin. Äh, für extra viel Spaß kann man das sogar als Gift, also sprich als, als Geschenk an, an die Enemies schicken. Allerdings werden die Leute das dann natürlich nicht mögen, wer hätte das gedacht, äh, wirst du wahrscheinlich ein paar Müllsäcke rüber schicken und dann irgendwann wirst du einen freundlichen Besuch bekommen mit lauter schwer schwingenden, ähm, ja, blutrünstigen Kannibalen wahrscheinlich, die dich auffressen wollen oder so, die dir zumindest mal nett vor die Haustür, äh, kacken oder so. So, dann kann man sie, äh, Pollux, weiß ich nicht genau, was das ist, werden wir wahrscheinlich gleich rausfinden. Sprout special Pollux trees, okay, das scheint, äh, ah, okay, das ist also, das ist also der Sinn von diesen neuen Pflanzen, das ist ja cool. Also tatsächlich gibt es, äh, anscheinend Pflanzen, die dann auf der Karte, die Natur versucht, sie selbst zu helfen, das ist ja eine coole Idee, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, ich habe eigentlich, äh, initial gedacht, normalerweise ist es in Rimworld so, also vielleicht versteht ihr jetzt mein, mein, meine, warum ich mich so wundere darüber, normalerweise ist es in Rimworld so, dass du nichts geschenkt bekommst. Ähm, wenn du Dinge in Rimworld geschenkt bekommst, dann sind die trotzdem an einen Preis gebunden, den man dann aber erstmal nicht sieht. Also zum Beispiel bei Quests, wenn du Dinge geschenkt bekommst oder, äh, Kolonisten geschenkt bekommst, dann musst du meistens einen Angriff erleiden oder, es ist in irgendeiner Art und Weise immer mit einem, mit einer unbekannten Gefahr, es ist immer mit irgendeinem, mit einem Preis versehen. So, jetzt hätte ich jetzt deswegen initial nicht gedacht, dass diese Trees, ich vermute mal, das ist dieses, äh, ja, wie hießen die nochmal, diese Witchwood, ähm, Dinger. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass sie quasi zur Verschmutzung beitragen, aber anscheinend ist das so geregelt, dass sie diese Verschmutzung tatsächlich sehr langsam dann auch reinigen und dann das Terrain rundherum tatsächlich auch wieder regenerieren. Ähm, okay, also tatsächlich kann man diese Pflanzen dann aber auch nicht reblenden. Also sprich, das ist okay, das ist aber auch dann tatsächlich logisch. Also anscheinend versucht sich die Natur in dem Fall dann selbst zu helfen, indem dann diese Pollux Trees dann gesendet, äh, beziehungsweise, was heißt gesendet, indem die dann einfach sprießen. Dadurch will anscheinend, oder soll anscheinend der Müll abgebaut werden. Man kann diese dann aber im Gegensatz zu allen anderen Bäumen, das haben sie ja quasi mit dem letzten großen Update für die 1.3 noch mit eingeführt, äh, da kann man diese Bäume tatsächlich dann auch umsetzen. Äh, also diese jetzt natürlich nicht, aber alle anderen. Diese kann man dann aber dann nicht replenden, weil anscheinend ihr Wurzelwerk dann zu dicht ist, oder wie auch immer. Außerdem kann man den ganzen Müll natürlich auch noch atomisieren. Ne, es gibt anscheinend ein Hightech-Gerät dafür, ein Waste-Pack-Atomisierer, und, äh, mit dem kann man das dann komplett neutralisieren. Also man hat dann wirklich gar kein, ähm, gar keine Gefahr mehr durch diese Waste-Packs. Und, äh, naja, ne, dieser Prozess ist aber anscheinend sehr langsam, und vor allen Dingen auch sehr teuer. Ist ja logisch, ne, wenn man diese Kosten, dann dementsprechend diese Atom-Müll, beziehungsweise Atom-Müll, diese Waste-Pack-Kosten dann irgendwie loswerden möchte, ohne seine Leute mit Organen zu versehen, die wahrscheinlich nicht ganz so gesund sind, oder mit genetischen Modifikationen, dann muss man halt eben Kosten andere Art dafür aufbringen, und das wird in dem Fall wahrscheinlich sehr viel Strom, und sehr viel Know-How vor allen Dingen, also man wird das wahrscheinlich, das ist eine Late-Game-Variante, gehe ich mir stark davon aus, da muss man wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel Wissen und Forschung reinpacken, wahrscheinlich auch sehr viele Ressourcen, und ich kann mir außerdem vorstellen, das wird ordentlich was kosten, dieses Ding überhaupt zu betreiben, denn etwas zu automatisieren, das wird tatsächlich wahrscheinlich sehr viel Strom kosten, logischerweise. Oder die letzte Methode ist natürlich einfach, man kann das ignorieren, das hatten wir eben auch schon mal, das, ähm, das Polluting, also letzten Endes das Land zu verschmutzen, hat natürlich auch einige Vorteile, wie es hier steht, so, denn, ähm, es können neue Crops entstehen, das finde ich eine coole Idee, also sprich, die alten Crops gehen ein, allerdings kriegt man da neue Samen, oder neue Feldfrüchte, die man dann möglicherweise sogar essen kann, die aber dann trotzdem eine Art Vergiftung in sich tragen, ne, hier sieht man das sogar, es gibt eine, eine toxische Potato, also sprich, eine giftige Kartoffel, äh, man soll sie nur nicht roh essen, das ist eine Anspielung auf, äh, auf echte giftige Kartoffeln, und ansonsten kann das auch sogar neue Animal-Varianten, also neue Tiervarianten dann, äh, ja, anziehen, wie zum Beispiel die Toxalupen, oder die Waste Rats, also die, ja, weiß ich nicht, wie man das übersetzen würde, die, äh, keine Ahnung, Ödnisratten, würde ich jetzt einfach mal übersetzen, keine Ahnung, wird wahrscheinlich dann irgendwie alles nur eingedeutscht werden, auf jeden Fall ziemlich cool, also man kann sich auch auf einer Welt, das, äh, haben sie ja schon angedeutet, wenn man sich halt eben sagt, okay, scheiß drauf, wir wollen uns einfach anpassen, wir wollen uns um den Müll gar nicht kümmern, wir passen uns an, dann gibt es halt diese Organe, diese Genetik, und vor allen Dingen natürlich auch, tatsächlich Möglichkeiten, auch auf einem komplett verwüsteten Land, dann trotzdem noch zu wohnen, mit neuen Samen, wie gesagt, und, äh, ja, vor allen Dingen auch mit neuen Tieren, ist das jetzt vor Example gewesen, oder waren das tatsächlich, war das alles? Also, hier steht nicht wirklich dabei, vor Example, also ich hätte jetzt natürlich gehofft, dass da vielleicht nochmal ein paar andere Tiere noch dazukommen, und ein paar andere Crops, wobei ich ja von den Crops gerade erst erfahren habe, finde ich cool, ich hoffe dann, dass sie dann irgendwie, es muss ja nicht alles übertragen werden, also irgendwie jetzt Toxic, ähm, Rice und Toxic, weiß ich nicht, was da noch alles gibt, theoretisch gesehen, das muss ja nicht für jede Pflanzenart jetzt übertragen werden, aber, nur Kartoffeln und nur Weißbraten, die wären natürlich ein bisschen lame, wenn man das schon einführt, vielleicht nochmal so zwei, drei andere Sachen, aber mal gucken, das ist ja letzten Endes kein, kein Wunschkonzert hier, sondern das ist ja eigentlich ein Extremfall, man hat ja das Land dann schon so hingerichtet, dass man eigentlich nur noch auf den letzten, ja, auf den letzten Meter dann irgendwie damit überleben kann, das ist ja kein, wie gesagt, kein Wunschkonzert, oder sagen wir mal, das ist kein Idealzustand, dementsprechend, wird es da wahrscheinlich keine breite Palette von Tieren und Pflanzen geben, ist ja dementsprechend eingegangen. So, dann haben wir noch die Pollution und die Insekten, denn das wurde ja auch schon angekündigt, anscheinend kann man dann, wenn man zu viel die Sache zu sehr übertreibt, kann man dann anscheinend so eine Art, ja, ne, Insektenbesuch dann halt auch abgestattet bekommen, die Insekten freuen sich nämlich anscheinend sehr über die Pollution, die lieben das sogar, und man steht auch, es wird sogar noch mal eine kleine Erklärung hinterher geschickt, sie wurden tatsächlich im Originalen quasi ingeniert, also tatsächlich sogar gebaut oder erstellt oder entworfen, um eine Art Anti-Mechanoide-Biowaffe zu sein, finde ich ziemlich cool die Idee, dass man halt hingeht und gleichzeitig jetzt nicht nur den Mechanoiden ein bisschen mehr Backstory gibt, sondern auch so ein bisschen den Spinnen oder beziehungsweise den Insekten, indem man einfach sagt, ja, die Mechanoiden haben sich vielleicht verselbstständigt, ist gar nicht so gut gelaufen, unsere Killer-Roboter, dann brauchen wir doch einfach eine biologische Waffe oder beziehungsweise eine biologische Variante, die halt eben diesen Mechanoiden entgegen sich stemmen kann, und das sind anscheinend die Insekten dann gewesen, und dementsprechend wurden die wahrscheinlich aus, jetzt mal eine freie Interpretation, wurden die wahrscheinlich dann mutiert aus, ja, bereits lebenden Insekten, und das wahrscheinlich mit Pollution oder mit diesen Toxic Fumes und Bluteterrains, und dementsprechend macht das die sogar schneller und tödlicher. Das ist sogar noch mal eine Schippe drauf, könnte man sagen, also sprich, die fühlen sich da nicht nur wunderbar wohl drin, sondern die werden da sogar dann noch mal eine Ecke schneller und noch mal eine Ecke tödlicher, nicht, dass sie da sowieso schon wären, allerdings hat natürlich auch die Insektenbekämpfung, Insekten haben ganz klare Schwächen, da kann man, das sind halt alles Nahkämpfer, sind keine Schützen dabei, sofern sie nicht zufällig eine neue Insektenart einführen, was ich natürlich auch ziemlich cool finden würde, was aber wahrscheinlich nicht der Fall ist, kann man die natürlich einfach in Chokepoints dann mit Granaten wegmachen, aber nichtsdestotrotz, coole Idee, dass man darüber dann halt auch dumm, wahrscheinlich so eine Art Infestation dann überall haben kann, denn bisher ist es halt so, dass man Infestations nur unter bestimmten Bedingungen im Berg bekommen kann, oder halt wenn man zu tief gegraben hat, mit einem Tiefenbohrer. So, was haben wir denn hier sonst noch, was da an Info dazu steht? So, die werden natürlich aus irgendeiner Stasis rausgerufen, also damit wird halt erklärt, warum die halt irgendwo plötzlich aus dem Boden auftauchen, die sind halt so eingegraben und in so einer Art Stasis drin, und diese Cocons, die können tatsächlich, ja, diese Insekten sogar vor Feuer schützen, das heißt also, man kann sie nicht einfach abfackeln, jetzt wäre für mich vorher nicht die perfekte Art, wie man mit diesen Insekten umgeht, aus vielen verschiedenen Gründen, allerdings kann das sogar sein, dass dann sogar extreme Temperaturen und andere Threats, also andere Gefahren, für Dekaden überstanden werden können. Also sprich, diese Cocons, die sind, also das wird wahrscheinlich das hier sein, die kann man eben nicht einfach abfackeln, so nach dem Motto, dann ist das Problem gelöst, sondern das ist, schützt vor Hitze, verkälte und vor Feuer, ziemlich coole Idee, man muss also wirklich kämpfen gegen die, mit irgendeiner Art von Waffe. So, dann wird quasi noch beschrieben, dass dieser Duft von diesen Waste Packs die Cocons an die Oberfläche triggert, beziehungsweise, genau, Race to Face, genau. Also letzten Endes, dieser Duft von diesen Waste Packs, der holt halt diese Cocons an die Oberfläche und wenn sie nicht gestört werden, dann machen sie erstmal wahrscheinlich gar nicht so viel, weil sie in einem schlafenden Zustand sind, allerdings kann das dann irgendwann dazu führen, dass dann eine relativ große Welle von Insekten auf einen niederrennt, wahrscheinlich, wenn die alles gleichzeitig schlüpfen oder sowas. So, dann gibt es anscheinend auch eine neue Art von Infestation, also logischerweise, diese Cocons, die dann an die Oberfläche kommen, die ist dann anscheinend, das ist dann eine Cocon Infestation, also sprich, das sind dann nicht direkt diese Spinnen, sondern das sind dann erstmal das Auftauchen dieser Cocons und die werden dann wahrscheinlich irgendwann auch dann schlüpfen daraus, aber man kann sie sogar nutzen, sehe ich gerade, Okay, cool. Man kann die theoretisch gesehen sogar, also absichtlich triggern, um halt Insektenfleisch zu farmen, also sprich, wenn man halt sich eine, ja, ich sag mal Müllzone deklariert und dort dann halt wirklich gezielt lokal Müll ablädt, kann man dann triggern, dass diese Insekten dann halt von alleine spawnen und dann dementsprechend das Insektenfleisch von dort auch tatsächlich farmen, also im Sinne von, naja, tatsächlich anbauen oder halt eben kontrolliert abbauen, in dem Fall wohl eher, indem man halt diese Insekten dann tötet, die dann halt da rauskommen, oder man kann sie sogar defensiv in strategischen Locations einsetzen. Finde ich ziemlich cool, es gibt da bisher auch schon Überlegungen, da habe ich noch nie wirklich mitgearbeitet, aber es gibt sogar Überlegungen, dass wenn man gerade auf einer Karte ist, die sehr bergig ist, da ist das quasi prädestiniert für, wenn man auf einer Bergbude oder in einer bergigen Karte lebt, dann aber keine Bergbude sich baut, also sprich gerade nicht in das Dunkelgrüne sich reingräbt, dann aber gleichzeitig durch sehr viele verschiedene kleine Felsformationen die Karte gut abmauern kann, dann gab es schon immer Überlegungen, dass man gesagt hat, okay, wir lassen am Rand der Karte, wo halt diese Joke Points dann eben offen sind, wo die Gegner dann halt durchlaufen müssen, wenn man alles andere schön abgemauert hat, dass man dort dann gezielt Insektenkolonien spawnen lässt, indem man dort dann halt, ja, sich dann auch eine Insektenfarm aufbaut. Also dieser Gedanke ist nicht neu, man war halt bisher da dran gebunden, dass man halt ins Dunkelgrüne sich runtergräbt und dort dann, ja, halt eben den Weg nach draußen offen lässt und darüber dann halt gezielt Insektenkolonien spawnen lässt, die man dann als Verteidigung einsetzen kann, denn gegen, ich sag mal, Mechanoiden war das noch nie besonders gut, weil die halt meistens immer Feuer mit dabei haben, aber gerade gegen menschliche Raider, insbesondere halt Ureinwohner, sind Insekten, große Schwämme von Insekten massiv effektiv. Deswegen coole Idee, dass man das jetzt sogar noch leichter oder sagen wir sogar auf noch mehr Karten, halt auch ohne Gebirge und wie auch immer, dann spawnen kann, wenn man das möchte, wenn man halt diesen, ja, Wasteland-Charakter dann irgendwo da erzwingen möchte, in irgendeiner Ecke oder sowas, kann man darüber dann auch Insekten spawnen. Finde ich cool, finde ich eine coole Idee. Also ist letzten Endes natürlich selbsterklärend, das wird sich natürlich aus dem Zusammenhang ergeben, aus dieser Mechanik, die dann neu dazu geführt wird. Das wird jetzt wahrscheinlich keine valide Kampfstrategie sein, das wird wahrscheinlich einfach so ein Nice-to-have sein, dass man das theoretisch darüber mit einsetzen kann. Ich bin mir jetzt nicht sicher, also es sieht so aus, als würde die ganze Karte hier verschmutzt sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man lokal auf einem kleinen Fitzel der Kartenecke oder sowas dann wirklich so einen Giftmüll lagern kann, dass halt eben nicht die ganze Karte am Abnippeln ist, sondern das wird, wie gesagt, eine extrem, ja, spezielle Strategie sein. Aber ist ja trotzdem cool, dass es geht. So, dann steht es auch nochmal, es kann tatsächlich dann auch Raider stoppen oder eine Horde von, beziehungsweise man kann Raider mit einer Horde von bösen oder sagen wir mal wütenden Insekten dann auch stoppen. So, man kann also tatsächlich auch verhindern, achso ja, man kann letzten Endes verhindern, dass diese Kokons dann halt eben auftauchen, indem man einfach ein sehr striktes Waste-Pack-Management hat. Logischerweise. So, dann geht es nochmal ganz kurz auf das Tox-Gas ein, dann sind wir auch schon durch für heute. Tox-Gas ist tatsächlich ein sehr tödliches Chemikaliges, also eine sehr tödliche Chemikalie. Es irritiert natürlich massiv den Körper. Es verbrennt Lungen und Augen und kann sogar zu einer kurzzeitigen, ja, Atmungsproblem dann halt eben führen, also dass man halt eben eine Kurzatmung hat oder dass man sogar die Sicht reduziert bekommt. Darüber hinaus kann eine chronische, ja, Ausgesetztheit dieses Gases oder beziehungsweise eine chronische Aussetzung dieses Gases kann dazu führen, dass es zu einem Toxic Build-Up kommt. Wie gesagt, das kennen wir jetzt auch schon, dieses Toxic Level, dass das steigt und das kann dann tatsächlich bis zum Tod führen. Aber wahrscheinlich kann das auch wieder abgebaut werden. Also dieses Toxic Build-Up, wie gesagt, das haben wir jetzt auch schon. Das hast du bei Giftigen Niederschlag, das hast du bei irgendwelchen Toxic Puren, die dann auf die Karte geworfen werden. Das kennt man jetzt schon. Es kann tatsächlich sogar generiert werden oder beziehungsweise hatten wir auch heute schon, wenn man diese Toxic Waste Packs dann halt eben verbrennt oder irgendwie da draußen Waffen oder sonstiges macht. Man kann sogar zu einem Research Project dann umgewandelt werden. Also man kann dieses Tox Gas anscheinend dann sogar als Waffe einsetzen. Vielleicht gibt es da neue Granaten. Tox Gas Weapons, including Tox-Granates, habe ich gerade noch. Tatsächlich wäre jetzt der nächste Gedanke gewesen. Natürlich der Mensch immer. Wir erfinden eine neue Art von Müll aus Versehen. Was ist natürlich der erste Gedanke dahinter oder sagen wir mal zumindest der zweite Gedanke? Es kann zum Tod führen, es ist richtig schädlich. Wir sollten es reduzieren, wir sollten es abbauen. Sofort der nächste Gedanke, wie können wir es als Waffe einsetzen? Das ist so typisch für die Menschheit. Deswegen passt wunderbar in Rimworld mit rein. Man kann daraus auch eine Waffe machen mit toxischen Granaten. mit toxischen Bomben, also Bombenwerfern oder Granatwerfern wahrscheinlich und dann tatsächlich sogar als Mortalshells, also als Mörsergranaten. Interessant. Was jetzt EIDs sind, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich irgendwelche Bomben, die explodieren. Also sprich diese, ich weiß es nicht genau. Oder man kann sogar Tox-Packs, also Wearable Tox-Packs daraus machen. Sprich, wenn man, das finde ich tatsächlich sogar konsequent bis zu Ende gedacht, also wenn man wahrscheinlich einen, ja, ich sag mal einen genetischen Strang führt oder eine Kolonie führt, der, die halt perfekt angepasst ist durch Organe oder Sonstiges, dann wird man wahrscheinlich sogar dann, wenn man auf anderen Karten dann irgendwie einmarschiert oder Sonstiges, kann man dann dann seinen Toxicity einfach mitnehmen im Sinne von irgendwelchen toxischen Rucksäcken oder so. Einen selbst kratzt das ja nicht und dann einfach mal in eine andere Base reinlaufen und dort, ja, das Gas dann halt rauslassen. Interessant, konsequent zu Ende gedacht, wird wahrscheinlich sehr, sehr wenige Einsatzmöglichkeiten dazu geben. Grundsätzlich ist es leider immer so, das wird bei den Granaten auch zählen, dass solche Gasgeschichten, beziehungsweise vor allen Dingen dann aber auch Feuer, es gibt ja auch aktuell schon Brandgranaten für den Mörser, da werde ich öfter mal gefragt, was hältst du denn davon, willst du nicht auch mal einsetzen? Das bringt leider nicht viel. Also grundsätzlich, es wird immer so ein bisschen darüber geschmunzelt, ja, wenn ich jetzt einen Toxic Fallout auf meiner Karte habe, dann kann ich ja zumindest nicht von Ohrenwohnern geradet werden. Doch natürlich, ne, also das macht keinen Unterschied. Grundsätzlich muss man sich immer vor Augen führen, Raider, die auf deiner eigenen Karte stehen, die dich angreifen, die wollen ja da keinen Luxusurlaub machen, die wollen ja nicht dann irgendwie drei oder vier Wochen da campen, sondern die sind da vielleicht einen Tag, die bereiten sich vielleicht ein, zwei Tage vor und dann greifen die dich an. Das heißt also, selbst wenn du es jetzt schaffen solltest, gehen wir mal sogar von einem Extremfall aus, du setzt jetzt Feuer ein, die haben allesamt viele Verbrennungen davon getragen. Klar wird die da schwächen, klar werden die da von Wunden bekommen, klar wird auch vielleicht dieses Toxic Build-Up von diesen Toxic Granaten dann irgendeine Art und Weise, die das Bewusstsein vielleicht runterdrehen, aber nicht viel. So, deswegen, wenn du auf der Karte wohnst, dann bist du halt diesen Toxic Fallout oder diesen Toxic Build-Up, bist du viel länger ausgesetzt. Das bedeutet, das sind über Tage, Wochen, das sind ganz andere Zeitspannen und selbst wenn du jetzt einen komplett verbrannten Angreifer hast, der kann halt immer noch, in ein, zwei Tagen kann er immer noch Schaden anrichten. Du schaffst es halt noch nicht mal von einer Verbrennung, von einer Wunde bis hin zu einer Blutvergiftung innerhalb von zwei bis drei Tagen zu sterben. Also in der Regel hast du da länger Zeit und dementsprechend sind all diese Sachen auf dem Papier cool, weil sie halt insbesondere gegen, ja, schlecht vorbereitete Gegner gut helfen. Das wird auch öfter mal, selbst bei Temperaturen ist das so, dass wenn du eine relativ kalte Karte oder eine relativ warme Karte hast, wenn Raider sofort angreifen, dann spielt diese Temperatur kaum eine Rolle. Das ist insbesondere dann sehr, sehr schwierig, wenn du vielleicht sogar mit diesen Temperaturen speziell arbeiten möchtest, wenn du zum Beispiel eine Feuerfalle aufbaust oder sowas. Das ist schon eine Wissenschaft für sich. Also da muss man schon tatsächlich mit extremen Temperaturen arbeiten, damit sowas überhaupt relevant wird oder damit sowas überhaupt in sehr kurzer Zeit dann relevant wird. Und deswegen, auf dem Papier sind diese Gedanken alle cool. In der Praxis wird das allerdings ein absolutes Nischenprodukt sein, was man nur in wenigen Fällen sinnvoll einsetzen kann. Aber es ist tatsächlich toll, dass es das gibt. Deswegen, ne, Daumen nach oben. In der Theorie, in der Praxis ist es halt einfach nur da wahrscheinlich, wie zum Beispiel die, ja, die Feuergranate auch für den Mörser. So, dann haben wir jetzt hier, wird sogar nochmal beschrieben, wie diese Combat Tactics aussehen können. Natürlich kann jetzt dieses Gas selbst, kann natürlich auch andere Einflüsse haben. Also unabhängig von dem Toxic Build-Up kann das anscheinend diese Clouds, ja, also logischerweise, wie jede Art von Nebel oder Gas oder wie auch immer, wird wahrscheinlich dann erstmal die Effektivität von Fernkämpfern runternehmen. Das ist ja wieder, das ist wieder was anderes, ne, das ist halt eine Sache, die dann eher auf Waffen oder eher auf das Feuer wirkt, also sprich auf das Gegenfeuer. Das ist ja wenig, das hat ja weniger was mit Gesundheit zu tun, sondern das sind ja wirklich dann einfach Sichtverhältnisse, die sich ändern. Das scheint also dann nochmal, ja, greatly, also ich vermute mal, das ist dann noch effektiver als Rauch oder Nebel oder Regen. Das gibt es ja jetzt auch schon, dass dann die Effektivität von, ja, von Schützen halt eben gesenkt wird. Allerdings ist es dann auch tatsächlich, ja, ne Quatsch, es ist tatsächlich hart mit einer Waffe zu schießen, wenn man in diesem Nebel drin steht, wenn man halt nicht vernünftig sehen und atmen kann, kann man absolut nachvollziehen. Und ja, wenn Attackierende beziehungsweise Angreifer lang genug diesem Gas ausgesetzt werden, dann werden sie sogar diese Toxic Build-Up haben. Aber wie gesagt, dieser Satz, den habe ich ja eben schon aus den Angeln gerissen so ein bisschen, das wird niemals relevant werden. Also da müsste diese Toxic Build-Up schon massiv hochgedreht werden, also wirklich massiv, dass man innerhalb von einem Tag bis hin fast schon zum Tod, also dass man da wirklich schon bis zu 60, 70, 80 Prozent Toxic Build-Up hat, wenn man nur einen Tag diesem toxischen Gas ausgesetzt ist. Das wäre halt brutal, ne? Du würdest halt auf deiner Karte, wenn du dich nicht perfekt angepasst hättest, würdest du auf deiner eigenen Karte nicht mehr überleben, denn du bist ja, wie gesagt, viel länger diesem Toxic Gas ausgesetzt. Deswegen halte ich das für absolut unwahrscheinlich, dass sie das so krass hochdrehen. Und dementsprechend ist dieser Satz halt, ja, der steht drin, aber wie gesagt, der hat keine Bedeutung. Es wird keinen Toxic Build-Up bei Raidern geben. Dafür greifen die zu schnell an. Ja, und man sollte natürlich dann dementsprechend auch vielleicht ein bisschen lernen, sich gegen toxisches Gas zu beschützen oder beziehungsweise verteidigen. Und dafür gibt es wahrscheinlich dann auch Masken und so weiter, ne? Genau, hier Gasmasken oder halt eben, ja, die Kolonisten genetisch oder organisch so weit anpassen, dass sie das eben negieren. Grundsätzlich war es das auch schon. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, ja, es gibt noch ein weiteres Video, wahrscheinlich sogar vielleicht sogar noch zwei, je nachdem, wie groß der letzte Post noch ist. Es gibt noch einen weiteren Post über Gene und über die ganzen Childhood und so weiter. Ich vermute mal, das wird auch wieder sehr umfangreich. Und wir haben ja auch noch ein paar Tage Zeit bis zum Release. Der Release, kann ich auch jetzt schon mal sagen, wird am Freitag sein. Für die Leute, die das noch nicht mitbekommen haben, da steht mit in dem dritten und wahrscheinlich auch letzten Artikel dazu. Ich werde dann, wie gesagt, morgen und wahrscheinlich übermorgen nochmal ein Video dazu machen. Dann werdet ihr dazu noch ein bisschen mehr hören. Grundsätzlich war das jetzt nochmal ein cooler und tatsächlich auch nochmal relativ ausführlicher Einschnitt beziehungsweise Einblick in die Pollution. Ich finde viele Dinge tatsächlich so ein bisschen entkräftet worden, von denen ich Angst hatte. Einige dann leider auch dann wieder haben sich bestätigt. Ich glaube trotzdem, dass das ein guter und cooler Grund ist oder eine coole Mechanik ist, das Ganze so ein bisschen zu balancieren. Ich finde es vor allen Dingen auch cool, dass man auch hier drüber versucht hat, das Ganze so ein bisschen aufzuhebeln, also das RimWorld-Spielerlebnis so ein bisschen aufzuhebeln, dass es halt eben nicht nur darum geht, dass man halt irgendwie eine neue Müllart einführt und dass dann lokal irgendwie so ein bisschen was in die Hose geht, wenn man das zu lange sich selbst überlässt, sondern dass man auch da versucht, so ein Stück weit, wie gesagt, die Grundmechaniken aufzuhebeln, indem man halt sagt, okay, die Karte selbst ist jetzt natürlich relevant, allerdings auch, wenn man den Müll auf Nachbarkarten steckt oder sowas, dass sich das dann sogar auf die World Map ausübt. Das ist, wie gesagt, komplett neu. Das ist bisher so aus diesem Video, was wir heute hier aufgenommen haben, das Highlight für mich so ein bisschen gewesen, dass man halt auch darüber versucht, die Welt insgesamt ein bisschen dynamischer zu machen. Ich finde, das ist immer noch eines der größten Probleme von RimWorld und das habe ich mir auch tatsächlich für mein eigenes DLC, ich wurde öfter mal gefragt, was wünschst du dir denn, wenn du ein eigenes DLC jetzt haben könntest, was wäre denn da dein Fokus? Ich hätte mir gewünscht, dass die Welt ein bisschen dynamischer wird, dass dann auch tatsächlich sich Änderungen ergeben, wenn man gerade, also ich hätte mir zum Beispiel sehr viel mehr Diplomatie gewünscht, aber das wieder, man kann nicht vielleicht nochmal ein extra Video dazu machen, das wäre jetzt zu ausführlich an dieser Stelle, aber dass man dann halt wirklich dann auch Einschnitte hat in der Welt. Also wenn man irgendwas verändert, wenn man irgendwelche, ja vielleicht Kolonien mit seinen Produkten halt stärkt, dass man dann halt irgendwie, dass sie besser werden, dass sie stärker werden, dass sie sich ausdehnen, dass wenn man halt Kolonien dann auch einreißt, was ja bisher auch komplett wasted ist, du bekommst ja nur tatsächlich nutzlose Diplomatiepunkte dafür, dass sich das dann auch irgendwie auswirkt auf den Rest des Stammes, dass die dann, ja, tatsächlich aggressiver werden oder wie auch immer, dass sich in irgendeiner Art und Weise die Weltkarte ändert, wenn du halt in die Weltkarte eingreifst. Und das war ja bisher nie der Fall. Was auf deiner Karte dann passiert ist, war auf deiner Karte und der Rest der Welt, den hat das nicht gekratzt. So und das ist jetzt zum ersten Mal ein Schritt in die richtige Richtung. Das mag jetzt ein bisschen untergehen vielleicht, finde ich persönlich, dass man das hier so ein bisschen unter den Teppich kehrt, so nach dem Motto, ach ja, ihr habt jetzt plötzlich auch dann Einfluss auf die Welt. Tatsächlich ist das für mich das Riesenhighlight aus diesem Pollution-Sektor hier. Denn klar, eine Pollution wird als Side-Effekt von den Macs eingeführt, schön und gut alles, aber dass man auch so ein bisschen versucht, das Ganze dynamisch auf der Worldmap zu gestalten, da vielleicht auch so ein bisschen in Richtung eine Gesellschaftskritik und Umweltverschmutzung ist ja auch okay, dass man halt aufpassen muss, was mit seiner RimWorld dann halt passiert, bevor man halt irgendwie so ein Riesen-Treibhaus-Gas-ähnliches-Wasteland dann am Ende hat. Ist ja eine coole Idee, wie gesagt, aber für mich persönlich das Highlight, dass man halt darüber die Weltkarte ein bisschen mitgestalten kann. So, deswegen, ich würde mich tatsächlich freuen, wenn ihr dazu auch eure eigenen Gedanken da lasst, wie immer natürlich, sehr gerne. Werdet ihr natürlich dann auch in den Kommentaren darauf eingehen, wenn ihr das wünscht. Und dann würde ich fast sagen, wir sehen uns morgen wieder. Vielen Dank für eure Zeit. Morgen geht es dann, wie gesagt, um die Genetik und um die Kinder so ein bisschen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, denn bisher haben wir von der Genetik gar nichts gesehen an Screenshots. Wir haben nur von den Kindern ein paar Screenshots gesehen. Ich habe mir dazu noch nichts durchgelesen, wird also auch für mich eine kleine Überraschung werden. Und ja, vielen Dank für eure Zeit. Und wir sehen uns dann im nächsten Video zu RimWorld. Wahrscheinlich morgen schon. Bis dahin. Bis dann. Vielen Dank.